Und es ist heute an der Zeit, dass ich mal da ganz klar drüber spreche, warum wir uns immer so die Frage stellen, was passiert hinterm Vorhang? Was passiert, wo ich es nicht sehen kann? Da muss doch was passieren. Es sind noch Sachen, es geschehen noch Dinge. Mich interessiert das so, so brennend. Guten Morgen, Edeltraut. Ich will wissen, was das Geheimnis hinter dem Vorhang ist, was da passiert, bevor alles auf der Bühne für mich sichtbar geworden ist. Was ist also hinter dem Vorhang? Wir sitzen im Publikum und wir warten auf den Auftritt. Und wir sind immer so, so mega gespannt und neugierig auf das Unsichtbare. Auch nach jedem Theaterspiel, nach jedem Akt, nach jedem Fernsehfilm bleiben eine Menge von Fragen offen. Wir fragen uns immer, wie war das für diese Person, wie war das für die Hauptdarstellerin? Wie kam das dazu, dass sich das jetzt endlich so ergeben hat, wie wir das gesehen und wie wir das beobachtet haben? Und diese Neugier, die treibt uns ins Kino, die treibt uns vor den Fernseher. Diese Neugier treibt uns sogar dazu, Nachrichten anzuschauen, weil wir einfach so neugierig sind. Wir wollen wissen, wie die Dinge sich zusammensetzen. Wir wollen wissen, wie es dazu kommt, dass die Dinge so sind, wie wir sie dann beobachten können. Wir wollen wissen, was sich hinter dem Vorhang abspielt, dass es zu dem kommt, was wir letztendlich sehen und beobachten und wahrnehmen können. Wir sind immer neugierig. Und als Kind wird uns oft gesagt, sei nicht so neugierig. Da wird uns schon eingetrichtert, dass es da eine Welt, eine Dimension, dass es da Dinge gibt, auf die man neugierig sein will, aber nicht soll, weil es das ungehörig ist, dass man neugierig ist. Frag nicht so viel als Kind. Vielleicht erinnert euch da dran. Es ist halt so, weil es so ist. Und genau diese wagen Aussagen, diese nichtssagenden Antworten, schüren noch viel mehr unsere Neugier. Wir werden immer neugieriger. Wir stecken unsere Nase in Dinge, die uns nicht angehen. Das ist aber etwas, was uns gesagt wird. Das geht dich nichts an. Steck deine Nase nicht in Dinge, die dich nicht angehen. Und so bleiben wir immer irgendwie im Ungewissen und haben das Gefühl, dass es da etwas gibt, das nicht für uns ist oder für das wir nicht sind, das von uns getrennt ist, das nicht zu uns gehört, das ungehörig ist, das Tabu ist. So entstehen Tabuthemen aus dieser Ungewissheit, aus all diesen Vorstellungen. Hallo Mary, guten Morgen. Aus all diesen Vorstellungen sind wir immer neugierig. Wir sind immer neugierig. Ob wir nicht noch ein bisschen was von diesem geheimen Wissen erfahren können, erhaschen können. Da muss es etwas geben, ein Geheimnis. Es gibt Geheimnisse, die nicht für uns sind und es gibt Geheimnisse, für die wir nicht sind. Es muss so sein, denn es wird ja so eine Geheimniskrämerei betrieben. Und wir stellen uns immer die Frage, wann, wie, wann ist es für mich, wann kann ich das Geheimnis lüften, wann wird es mir gesagt, wann werde ich eingeweiht, wann werde ich die Eingeweihte sein. Und dieses treibt uns, weil wir irgendwie denken, das muss doch irgendwann mal rauskommen. Wir müssen doch irgendwann mal dahinter diesen Vorhang schauen können. Wir müssen doch sehen, was da getrieben wird und wie sich die Dinge zusammensetzen und wie alles dazu kommt, dass es so ist, wie es für mich in meinem Leben ist. Das ist ein ewiger Antreiber. Und darum gehen wir davon aus, auch, dass wenn wir schon alle im gleichen Theaterspiel sitzen, im gleichen Kino, im gleichen Bühnenstück, gehen wir davon aus, dass wir alle das gleiche Bühnenstück sehen. Wir haben die gleiche Karte gekauft, wir haben den gleichen Titel, zum gleichen Inhalt. Wir haben gleich viel bezahlt, vielleicht die einen Loge, die anderen Sperrsitz. Die einen sehen ein bisschen besser nach vorne, aber sie sehen immer noch nicht hinter den Vorhang. Und wenn der Vorhang aufgeht und dann versuchen wir da reinzugucken, was läuft dahinter, was läuft dahinter? Und vielleicht erhaschen wir einen Blick, dass wir irgendwie gesehen haben, was passiert ist, bevor der Vorhang aufgegangen ist. Guten Morgen, Ute, Sabine. Und da sitzen wir voller Spannung vor diesem Bühnenstück und wir können uns nicht erwarten, der Vorhang geht auf, da, die erste Szene. Spielt vor unseren Augen. Wir bekommen Informationen, wir werden eingeweiht in etwas, in das Thema dieses Bühnenstücks. Wir werden eingeweiht, wir sehen, was passiert, wie die Beziehungen sind, wie die Zusammenhänge sind, wer wer ist, wer welcher Darsteller ist, was er für einen Charakter hat. Und wir sehen, wie sich die Geschichte entwickelt. Und wir sitzen da und wir sind gespannt auf die nächste Szene, auf das nächste Bild, was da kommt. Und wir warten und wir warten, eins nach dem anderen, ein Akt, zweiter Akt, dritter Akt, Netflix. Die Serie geht zu Ende und wir warten sehnlichst drauf, dass es weitergeht, dass wir wissen, wie es endlich weitergeht, dass vielleicht eine nächste Staffel endlich gedreht wird. Wir wollen wissen, wie das weitergeht, wie die Geschichte weitergeht. Wir bleiben gespannt, wir bleiben in freudiger Erwartung. Wir reden darüber mit unseren bekannten Freundinnen, über das Bühnenstück, über den Film, den wir gesehen haben. Wir erzählen uns gegenseitig und wie toll das war und wie eindrücklich das war. Manchmal diskutieren wir drüber und manchmal streiten wir sogar, ob es jetzt so war oder so war. Und das, obwohl wir alle das Gleiche gesehen haben, obwohl wir das gleiche Bühnenstück gesehen haben, obwohl wir den gleichen Film angeschaut haben. Streiten wir manchmal sogar über eine Handlung, über einen Hintergrund, über eine Zusammensetzung, über einen Charakter. Ist das nicht spannend? Und spätestens da ist es uns klar, dass wir den Dingen auf den Grund gehen wollen. Wir wollen die Dinge verstehen. Und dennoch sind wir selten im Einvernehmen. Wir sehen alle das gleiche Bühnenstück, den gleichen Film, die gleiche Serie. Und es ist für jeden anders. Jeder hat andere Fragen. Jeder hat andere Dinge, die er nicht versteht, wo er nicht weiß, wieso das passiert ist. Und wir glauben, dass wenn wir hinter den Vorrang schauen würden, dass wenn wir hinter die Intentionen des Regisseurs schauen würden, dass wir dann vielleicht ein bisschen mehr verstehen würden und dass es dann da die absolute Wahrheit gäbe und dass es dann auch keinen Streit oder keine unterschiedlichen Auffassungen mehr geben würde von diesem Bühnenbild, von dieser Szene, von diesem Film, sondern dass es dann klar wäre. Dann wäre es so. Und das ist diese Neugier. Die treibt uns weiter hinan. Die treibt uns an. Wir haben so viele offene Fragen. Wir verstehen so viele Dinge nicht. Und diese Fragen, die treiben uns an. Und es gibt diese ganzen Reality-Shows, zum Beispiel, die tun auch diese Neugier auf eine gewisse Art und Weise befriedigen. Ein Riesenbrenner im Fernsehen. Storytelling. Das wird jetzt sogar gelehrt. Als Marketing-Instrument. Storytelling. Weil wir so neugierig sind. Weil wir wissen wollen, die Geschichten der anderen Menschen, weil da Geschichtsbücher gefüllt worden sind, geschrieben worden sind mit Geschichten. Diese Geschichten. Wir wollen diese Geschichten, weil wir glauben, wir werden erfahren, wie es geht. Wir werden die Antworten auf alle unsere Fragen kriegen. Deswegen sind wir so geil auf diese Geschichten. Weil wir glauben, dass wir aus Geschichten lernen können. Weil wir glauben, dass wir von dieser Perspektive des Beobachters der Geschichte oder der aufgeführten Geschichte im Film oder im Theater, dass wir unsere Fragen beantwortet bekommen. Deswegen können wir nicht genug von Geschichten bekommen, weil diese Geschichten uns Gründe für unglaubliche Rückschlüsse und Zusammenhänge liefern. Wo wir wieder glauben, dass wir es endlich verstanden haben, dass wir es endlich kapiert haben, dass wir endlich wissen, wie es denn wirklich geht. Und so ist ein ganzer Industriezweig, der lebt von diesen Konzepten, von diesen Schritt-für-Schritt-Anweisungen, die weitergegeben werden. Schulen, Weiterbildungen, Ausbildungen. Ohne Ende. Du kannst alles lernen. Du kannst jedes Konzept lernen. Du kannst unendlich weiter lernen. Denn es gibt unendlich viele Konzepte. Es gibt unendlich viele Geschichten, wie es Menschen gibt. Weil jeder Mensch schreibt seine eigene Geschichte. Und hat sein eigenes Ergebnis am Ende dieser Geschichte. Und letztendlich enden alle Geschichten gleich. Mit einem fatalen Happy End. Das Leben ist vorbei. Und jede Geschichte, jedes Konzept, jede Schritt-für-Schritt-Anleitung wird dich irgendwann mal dorthin führen, dass es scheinbar vorbei ist. In dem Bewusstsein, in dem wir hier verkörpert sind, endet alles dort. Und dennoch glauben wir, dass wenn wir verschiedene Geschichten, Konzepte, Schritt-für-Schritt-Anleitungen formeln, lernen und ausführen und umsetzen, von anderen lernen, dass wir irgendwo anders landen, als dort am Ende, am Ende unseres Lebens. Weil dahin geht die Reise. Ob sie wieder von vorne beginnt, ob sie in einer anderen Form weitergeht, das wissen wir in diesem Moment nicht. Aber wir haben nur diesen einzelnen Moment. Wir haben diesen einzelnen Moment. Wir haben das, was in diesem einzelnen Moment für uns an Wahrheit da ist, für uns stimmig ist, für uns richtig ist. Das ist das, was wir haben. Aber trotzdem sind wir weiterhin nach der Suche und diese Neugier treibt uns an und wir lernen neue Konzepte, wir lernen neue Ansichten und alles basiert eigentlich nur auf dieser einen Vorstellung, auf diesem einen Rückschluss, dass es wichtig ist, was man tut. Dass es wichtig und ausschlaggebend ist, welche Schritte ich gehe. Welche Handlungen ich ausführe, was ich mache, was ich tue. Facebook, Social Media bedient genau diese Vorstellung, diese Neugier. Versuche herauszufinden, was wer tut hinter den Szenen, hinter seinem Leben. Ich will Einblick in das Leben der Menschen bekommen, damit ich endlich irgendwo meine Antworten bekomme. Aber nichts könnte weiter von der Wahrheit liegen als der Rückschluss, dass es daran liegt, was ich tue, was ich mache in meinem Leben. Und irgendwie wissen wir das alle. Irgendwie wissen wir das alle, dass es das nicht ist. Denn wie oft haben wir versucht, es anderen gleich zu tun, Formeln zu übernehmen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu übernehmen, Konzepte und Strategien zu übernehmen. Eine Strategie ist auch nichts anderes als ein Konzept. Um dasselbe Erlebnis zu erreichen von dem, wo wir das übernommen haben. Und es hat nicht geklappt. Es hat nicht geklappt. Ich habe genau das gleiche gemacht wie XY. Genau das gleiche. Und es hat bei mir nicht geklappt. Und was ist dann die Erklärung für diesen Misserfolg? Das ist meistens. Na, dann habe ich es halt nicht richtig gemacht. Tja, vielleicht habe ich mich nicht genug angestrengt. Oder vielleicht wollte ich es nicht genug, ja? Kennt ihr? Du wolltest es halt nicht genug. Du hast dich halt nicht genug angestrengt. Es wird uns als Kind schon gesagt. Wir haben gelernt, auf einer Prüfung in der Schule kommen mit einer nicht guten Note nach Hause. Dann hast du halt nicht genug gelernt. Muss ja so sein. Logisch. Es war nicht genug. Und genau das ist wieder dieser Schlag ins Gesicht, den wir so sehr fürchten. Unsere größte Angst wird geschürt. Und zwar, oh mein Gott. Womöglich bin ich nicht gut genug. Und jedes Mal, wenn ein Misserfolg in irgendeiner Art und Weise kommt, dann ist genau das wieder bestätigt. Ich bin nicht gut genug. Ich bin wieder nicht gut genug. Ich habe es wieder nicht gut genug gemacht. Ich habe es wieder nicht gut genug gewollt. Ich habe mich wieder nicht gut genug angestrengt. Und dann rapple ich mich wieder auf. Fasse wieder Mut. Und glaube, irgendwie muss ich doch in der Lage sein, das richtig zu machen, wenn ich mich mehr anstrenge. Wenn ich mich noch mehr bemühe. Wenn ich noch mehr investiere. An Zeit, an Geld, an Geduld, an Ausdauer. Irgendwo muss es doch möglich sein für mich, auf diesen Erfolg einzufahren, den andere mit diesen Konzepten, mit diesen Formeln, mit diesen Schritt-für-Schritt-Anleitungen, mit ihrem Tun erreichen. Irgendwie. Irgendwie. Und es treibt mich wieder an. Die Neugier, die Hoffnung. Und irgendwann wird es doch klappen. Und das kennen wir alle. Das ist ein Kreislauf. Ein Kreislauf, der führt zu Burnout, der führt zu Depressionen, der führt zu Frustrationen, der führt zu Streit, Hass, Elga, angepisst, sein Groll. Dieser verdammte Kreislauf führt genau dahin. Und dieses Denken, das mich in diesen Kreislauf gebracht hat, dass es irgendwie doch gehen muss, dadurch, dass ich es tue, richtig tue, endlich richtig tue, genug tue, ist eins der größten Holzwege unserer Menschheit. Jeder hat es erlebt und jeder glaubt, dass er der Einzige ist, der so struggelt. Aber solange diese Art und Weise zu denken und zu glauben und Rückschlüsse zu ziehen, dass es daran liegt, was ich tue und dass ich es endlich gut genug tue und dass ich es endlich lang genug tue, dass ich endlich alles von mir gebe und investiere, auf diesem Holzweg ist jeder schon mal gewesen, wiederholte Male und endliche Male. Und der heimliche und unbewusste einen Antreiber ist eben genau das. Dieser Antreiber, dass ich in den Vorhang schauen will, dass ich dieses Geheimnis lüften will, dass ich einen Code knacken will, dass ich der Sache endlich auf der Spur sein will, dass ich endlich wissen will, wie es geht. und wenn es mir nicht Konzepte liefern, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, dann muss es etwas Geheimes hinter einem Vorhang sein. Und ich gehe dann weiter mit diesem Bedürfnis und weiß, es muss geheim sein. Und dann glaube ich, es ist ganz intim, es muss mega intim und privat sein. Und deswegen kommt das Nächste. Wenn ich jetzt also in das Intimste, in die absolut größte Intimität des Menschen schauen könnte, dann würde ich es vielleicht dort finden, meine Antwort. Da ist es. Es muss intim sein. Es muss wirklich so geheim und intim und gehütet sein, dieses Geheimnis, dass es vielleicht dort vergraben ist, in einem ganz intimen Bereich bei Menschen. Und da kommen wir zum Nächsten, zur nächsten Neugier. Aber die ist... Ich möchte gerne wissen, wie Menschen ihre Intimität leben und was ist das Intimste? Sexualität. Oh mein Gott. So intim. Aber wenn ich in diesen intimen Bereich reinschauen könnte, hinter den Vorhang der Vorhänge, der absoluten Vorhänge der Vorhänge in diesen intimen Raum, da könnte es doch sein, die Antwort. Da muss sie sein. Ich habe es schon alles abgesucht. Und trotz all diesen Tabu Brechern, die wir hier haben von Sexualität, ist es noch so geheim. Es ist immer noch extrem geheim. Es ist absolut Tabu. Warum? Es ist crazy. Weil Sex, Sexualität steht eigentlich nur für Pleasure. Und was heißt Pleasure? Pleasure auf Deutsch heißt Vergnügen, Freude, Lust, Genuss, Behagen oder auch Plaisir. und Schweizer spricht man tatsächlich auch von Plaisir. Und es ist ein Gefühl der Befriedigung, Vorsicht, Zufriedenheit und der Freude. Das ist Sexualität. Banal. So banal. Und warum so intim? Und warum so geheim? Und warum so versteckt? Warum ist da dieser Vorhang extra dick? Ja, was erwarten wir hinter diesem Vorhang der Sexualität zu sehen? Das Geheimnis des Vergnügens, des Wohlbefindens, des Wohlfühlens. da muss es sein. Da muss es sein. Hinter diesen Vorhängen, da muss es sein. Und auch hier wieder eine ganze Branche, die floriert von dieser Suche, von dieser Annahme, von diesem Oh mein Gott, ich muss es finden. In dem letzten Tabu ist es sicher drin. Und auch hier wieder sind wir an einem Punkt, wir probieren alles aus, wir geben uns Mühe, wir lassen uns beraten, wir lassen uns auch hier coachen und wir tun auch hier, was immer zu tun ist, um endlich dieses Wohlbefinden, dieses Wohlgefühl, dank dem sexuellen Code, den ich geknackt habe, für mich zu erobern. Und hier haben wir kurze Erfolge, längere Erfolge, mal war es toll, mal war es eher nicht so toll und dann auch immer wieder trotz alledem schlummert die Angst. Womöglich bin ich doch nicht gut genug. Die Erwartungen zu erfüllen, diesen Code langfristig zu knacken, womöglich liegt es doch an mir. Tja, und dann ist es weg. Wohlfühlen, ganz kurze Flamme, vielleicht kann ich es wieder generieren, vielleicht schaffe ich es wieder, mit dem ging es nicht, vielleicht geht es mit jemand anders, vielleicht geht es mit mir allein. Und immer wieder ist der leise Gedanke da, was, wie machen es die anderen, die machen es sicher andersmals, für die es sicher besser ist. Und da sind wir nun wieder. Wir wollen alle wissen, wie es die anderen machen. Und dann haben wir vielleicht eine Freundin, die erzählt uns das Geheimnis, wie sie es macht. Und trotzdem, das bringt uns nichts. Weil sie hat ja den anderen Partner, den habe ihr halt ich nicht, das liegt sicher an dem anderen Partner. Und langsam wird es wieder klar und klar und es geht einfach nicht darum, mit wem, wie, es andere machen. Es geht nicht darum, was andere machen. Es geht niemals um die Handlung, die mich zu dem Erfolg, zu dem Ziel, zu den Gewünschten führt. Ich habe es versucht, ich bin alle Rattenbaulöcher runtergelatscht, habe so viele Vorhänge geschockt und nachher muss ich einfach nur sagen, Scheiße, es liegt an mir und es liegt aber nicht an dem, was ich mache und es liegt auch nicht an dem, wie ich es mache und wie oft ich es mache und wie viel ich investiere und wie oft ich es wieder mache. Weil das Tun ist nicht der Schlüssel, zu dem man sich brauche, sondern es geht darum, wer ich bin, es geht um meinen Seins Zustand, das höre ich schon so oft. Dein Seins Zustand, deine Frequenz, deine Energie ist ausschlaggebend. Alrighty, jetzt sind wir einen Schritt weiter. Also legst gar nicht dran, was ich mache, oder? Kommt die nächste Frage. Ja gut, wenn es jetzt an meiner Energie liegt, was mache ich denn dann? Was ist denn Energie? Wo kommt die her? Wie kriege ich die her? Wie soll ich das denn machen? Ich muss es schon wieder machen? Ich muss es schon wieder machen? Aber ich muss es gar nicht machen. Wie soll ich es machen? Oh mein Gott. Und am nächsten kommt dieser ganzen Vorstellung von der Aura. Da sind aber auch wieder so viele Konzepte. Aura ist ja nicht Aura. Und der sieht die Aura so und die sieht die Aura so. Und dann gibt es wieder ganz andere Also ist das Ganze auch nicht wirklich hilfreich. Weil wie soll ich dieses verdammte Sakralchakra zum Glehen bringen? Masturbation? Probiert? Nett? Glüht es jetzt? Kann einer mal gucken ob es glüht? Leute es gibt so viele Konzepte es gibt so viele Vorstellungen es treibt einen in die absolut krasse Verzweiflung weil einem immer wieder irgendwie gesagt wird da ist etwas was du nicht weißt und was du nicht wissen musst warum? Und es ist falsch ich kann alles wissen ich kann alles verstehen aber ich muss erst mal anfangen alle Vorstellungen alle Konzepte und alle Überzeugungen ad acta zu legen und mir ganz ganz simpel und primitiv überlegen okay Quantenphysik Physik verstehe ich alles Energie ist mir auch klar was hat Energie jetzt mit mir zu tun wo wie kann ich dieses ich habe Chakren und ich habe Zeuge und ich habe Meridiane und ich habe all dieses Zeug und wie soll ich das managen ich weiß doch gar nicht wie ich da hinkomme ich weiß gar nicht ich kann da hundert Sachen machen ich sage es euch ich habe eine Handvoll oder zwei Hände voll Ausbildungen gemacht diesbezüglich und ich habe nie verstanden was ich tue und es ist so einfach ich setze eine Intention that's it egal welches energetische Konzept du verfolgst welches energetisch heilendes Konzept du verfolgst egal was du tust egal wie du manifestierst du setzt Intentionen that's it Intention ist Energie wie setze ich Intentionen in dem ich mir etwas vorstelle und zwar nicht als Bild sondern als diese Szene und so kann ich mir auch vorstellen was hinter dem Vorhang passiert plötzlich habe ich mit meiner Vorstellungskraft überall hin Einblick und und plötzlich bin ich die die durch ihre Vorstellungskraft und durch die Intention wo sie diese Vorstellungskraft hinlenkt viele sagen auch Aufmerksamkeit plötzlich habe ich alle Antworten auf all diese großen Fragen und das ist so simpel und mein Kopf will das gar nicht verstehen diese Simplizität und doch ist hinter diesem Simplen ein ganz ganz klares Konzept und dieses Konzept nenne ich Divine Design Energetics weil dieses Konzept muss zuerst mal davon ausgehen und wissen all diese Geschichten dieses Storytelling alles was die meisten Menschen glauben was sie mir gesagt haben wer ich bin wie ich bin was ich für einen Charakter habe was ich für eine Astrologie habe was ich für ein Sternzeichen habe was ich für ein Human Design habe da muss ich erstmal einen Schritt zur Seite machen und sagen alrighty kann man in mir sehen kann man in mich rein projizieren kann ich auch selbst in mich rein projizieren aber ich kann jetzt hier einfach mal alles abwischen alle Projektionen alle Vorstellungen alle Überzeugungen alle Annahmen alle Glaubenskonzepte einfach mal da weg tun und zurück zu gehen zu dem Tag wo ich geboren wurde wer war ich denn da ein perfektes göttliches Wesen in menschlicher Form nichts angehaftet keine Fremdenergie kein Fluch kein Scham außer ich glaube an Afterlife und ich krimiere mir das auch noch dahin dass ich sogar schon als Kind bemüht war aber irgendwo mal gab es diesen Punkt da war ich eine göttliche Vorstellung von Perfektion und wenn ich einfach mir erlaube in diesen Punkt einzutreten und alles andere was irgendein Gegenteil von dieser Sache behauptet ablege und weiß damit bin ich diejenige die hinter dem Vorhang also in meiner inneren Welt das kreiert und generiert was vor dem Vorhang passiert habe ich all meine Fragen beantwortet und wenn ich dann noch weiß wie ich durch meine Gedanken durch meine Annahmen meine Rückschlüsse meine Zusammenhänge all diese Energie generiere in mir in meinem Sein als meinen Seinszustand als die Identität die ich bin die dann ausdrückt auf der Bühne als Regisseurin meines Lebens die einfach ihren eigenen Ausdruck ihre eigene Annahmen ihre eigenen Szenen ihre eigenen Freuden ihre eigene Pleasure ihre eigene Vergnügungsparty auf die Bühne drückt wer bin ich dann? dann bin ich eine göttliche Regisseurin in diesem Erdenspiel und dann ist es meins und dann bin ich vor der Bühne genauso präsent wie hinter der Bühne dann übernehme ich volle Verantwortung für all das was geschieht und habe plötzlich keine einzige Frage mehr und muss überhaupt nicht mehr wissen wie es andere machen sondern ich muss nur noch wissen was ich will in meinem Lebensspiel ich muss einfach nur wissen welche Szene ich erleben will wo ich mir meine mein Vergnügen meine Freude mein Lebensspirit hole in welcher Form in welcher Szene ich das reinschreibe und das ist doch so erleichternd und wenn ich dann noch meinen logischen Verstand füttere wie diese Energetics wirklich funktioniert dass jeder Gedanke eine Information ist Energie ist nur Information jeder Gedanke ist eine informierte Energie und mein Körper spürt es einfach nur als Gefühl oder Emotion Gefühle sind auch nur informierte Energien und wo kommen sie her sie kommen von mir und wenn ich im Außen irgendwelche Erlaubnisgeber Bringer Filter brauche um Energien zu generieren dann sei mir das klar dann darf ich das tun aber wichtig ist das was hier energetisch auf meiner Leinwand geschrieben ist von meinem Lebensspiel wie das aussieht und dann kann ich es in Form bringen eines Menschen eines Tieres einer Situation eines Bankkontos ich kann es überall hineinbeamen ich kann überall die entsprechende Szene Geschichte dazu schreiben ganz frisch neu frank entsprechen meinem Divine Design meiner höchsten göttlichen Vorstellung ohne irgendeinen Einfluss ohne eine Ursache ohne eine Wirkung einzig und allein weil Energie Information ist und diese Information ist on oder off ja oder nein pleasure sex ja on I'm here I'm ready bedingungslos ohne Grund einfach nur weil ich sage on und das haben wir alle schon erfahren den Moment wo wir so klar waren und gesagt haben ich ist mir scheißegal kotze mich alles an jetzt bin ich pleasure pleasure on bam dann kann ich das haben dann kann ich das machen dann kann ich das fühlen nur die Problematik liegt danach dass ich diesen Kontext überhaupt nicht habe und ich weiß wie ich damit umgehe wenn ich plötzlich sagen kann on oder off und plötzlich ist pleasure oh das kann nicht gut sein das kann ich doch nicht machen darf ich das überhaupt was sollen die der anderen denken na 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 und schon pleasure vielleicht eher off und dabei geht es in meinem ganzen Leben nur um Vergnügen um pleasure ich will das ich will wohlfühlen ich will dieses Gefühl der Zufriedenheit des Ankommens des Daseins des Wichtigseins des Gesehenwerdens ja alle sagen mein Partner soll mich sehen und wenn ich dann mal sage ja dann zeig dich doch mal dann kommt wieder diese ganze andere Scheiß den ich vorher erzählt habe mit oh mein Gott man könnte womöglich sehen dass ich nicht gut genug bin leider zeige ich mich lieber nicht und deswegen lieber bisschen weniger pleasure bisschen weniger Begeisterung bisschen weniger Vergnügen bisschen weniger Freude weil es könnte ja gefährlich sein wenn das echt einfach so möglich wäre von allem so richtig viel und mehr und mehr und mehr und mehr zu generieren aber dazu bin ich da ich bin dazu da um Energie zu generieren ich bin ein Energiegenerator ich mache das den ganzen Tag weniger stark weniger schön weniger freudig aber ich mache es halt und wenn ich das verstehe wie dieses Zeug funktioniert mit dieser Energie die in mir generiert wird und sich im Außen in meinem Spiel des Lebens auf meiner Bühne zeigt vor dem vor dem Vorhang und genauso dass ich weiß was hinter dem Vorhang ist ich bin der Regisseur und wenn ich sage was hinter dem Vorhang läuft dann muss ich es aber auch aushalten können wenn die Charaktere plötzlich vor den Vorhang treten und mir plötzlich dieses geile Spiel des Lebens präsentieren das ich orchestriert habe durch meine energetische Vorstellung durch meine meine Entscheidungen durch meine Ansichten durch das was ich gesagt habe was wahr ist was wahrhaftig ist und plötzlich geht der Vorhang auf und ich mache so Hilfe und dann schicke ich sie alle wieder zurück weil ich vergessen habe die zu sein die zu üben die zu trainieren die sich tatsächlich mit diesem ganzen Genuss den sie hinter dem Vorhang generiert hat zu beschäftigen und ihn freudig anzunehmen und ihn empfang zu nehmen ohne irgendetwas ohne Angst es zu verlieren ohne Angst dass es zu viel ist ohne Angst dass es falsch ist sondern einfach nur weil es das ist was ich hinter dem Vorhang orchestriert und generiert habe und in dem Moment wenn der Vorhang aufgeht und ich nicht ready bin und aus meinem eigenen verdammten Theater rausspringe und mich zu Hause wieder unter das Sofa lege und dann sagt für mich es ist nicht Leute wir müssen da raus wir müssen das erkennen wir müssen das verstehen wir müssen diese Energetics verstehen die durch uns aus uns heraus entsteht non stop non plus bla 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 Tag und Nacht in jedem Moment in jeder Situation und dass wir der einzige Generator und der Management dieses Generators sind und wenn wir nur generieren und generieren und das geilste Spiel orchestrieren und plötzlich geht der Vorhang auf und wir Angst haben was dann zu sehen ist dann werden wir alles tun im Unterbewusstsein dass dieser Vorhang sich nie öffnet und dann sind wir wieder am Anfang des Spieles und stellen uns die Frage was passiert wohl hinter dem Vorhang und weil das so spannend ist es zu verstehen und es einfach mal klar zu legen und blank zu legen möchte ich wirklich das in aller Menschen Bewusstsein bringen dass es eben kein Hokus Pokus ist sondern dass es ein Prinzip ist ein energetisches Prinzip und zwar ein Prinzip das eigentlich Divine Design möchte höchstes schönstes tollstes Design und dass ich lernen darf dass mir dieses Prinzip entspricht und zwar auf eine Art und Weise wie es dir nicht entspricht oder wie es niemand anders entspricht wie es niemand anders anwende wie es niemand anders zum Vorschein bringt wie es niemand anders genießen kann wie sich niemand anders wohlfühlen kann nur ich aber dass dieses Prinzip für mich gedacht ist es so anzuwenden meinem Geschmack entsprechend und dass es völlig komplett in Ordnung ist und dass es für jeden einfach nur um dieses Prinzip geht und dass es darf diese Vielfalt eines Blumenbeetes entsteht die uns so begeistert müssen wir das in unserem Kopf erstmal klarkriegen sodass wir das erlauben können dass wir diese ganzen Konzepte die wir untersucht haben wo wir Rückschlüsse genommen haben dass wir die einfach in die Tonne schmeißen dürfen und sagen okay das brauche ich gar nicht ich muss nur dieses Prinzip diese Divine Design Energetics Lernen Anwenden und dann kann ich jeden Bereich meines Lebens so orchestrieren wie es mir gefällt und gleichzeitig muss ich die Person sein die das annehmen und managen kann wenn es dann so orchestriert ist wie es mir gefällt und diese zwei Punkte wenn ich einen davon nicht erfülle dann werde ich weiterhin glauben dass es entweder nichts hinterm Vorhang gibt oder dass es das hinterm Vorhang einfach das ist was mir halt so gerade gegeben worden ist mein Seelenplan für das was ich hier auf die Welt gekommen bin an Minimalismus und Kleinheit und Unterdrücktheit für mich zu empfinden finden zu empfangen weil da gibt es ja sicher eine Regel und dann habe ich wieder diese Konzepte wir müssen raus brauchen keine Konzepte wir brauchen keine Strategien wir brauchen nur die Energie hinter unserer Vorstellung und so geht es eben zum Beispiel wenn du Konzepte suchst oder Konzepte anwendest haben die immer eine energetische Signatur und zwar deine deswegen kannst du nie ein Konzept kopieren von jemand anders deswegen kannst du nie eine Strategie kopieren von jemand anders weil es automatisch deine Signatur ist weil es automatisch du ist du sobald du von jemandem was nimmst und es ist dir dann ist es deins und dann ist es mit deiner Signatur mit deinem Geruch mit deiner Ausdünstung mit deiner Energy ist es da präsent und schon ist es anders dann ist es deins und wenn eben dann der Vorhang geht und du plötzlich vor der Bühne siehst was da hinten von dir orchestriert worden ist mit deinem energetischen Touch und es nicht so ist wie das was du dir gedacht hast dann musst du halt wieder hinter der Bühne arbeiten gehen und kapieren dass es nicht dran liegt welches Konzept oder was weiß ich nicht was du angewandt hast sondern was du draus gemacht hast mit deiner Energie mit deiner Signatur mit deiner Einzigartigkeit und das ist dieses energetische Prinzip wenn du das verstanden hast wenn du die Tricks hast wie du das anwendest dann steht dir die Welt offen und dann musst du nicht mehr gucken gehen und Bücher lesen wie hat es der gemacht wie hat es der gemacht und so weiter und so fort und sagst ganz frech und klar und sagst ich mache genau das mache ich so wie ich es will weil es geht so wie ich es will es geht eh nur so mit mir es geht eh nur mit meiner Energie es geht eh nur mit meiner Signatur was soll ich mich denn bei anderen schlau machen lieber lerne ich dieses Prinzip mische es mit meinem Duft mit meiner Energie hier mach mein Ding raus und darum geht es es geht nur darum und das zu verstehen in unserem in unserem Köpfelein wird uns Zeit und Geld und Mühen und Aufwand und sonstige Investitionen sparen wenn wir uns einzig und allein auf uns auf dieses Management von unserer Energie konzentrieren und das ist für mich der Door Opener ich habe keine Fragen mehr ich weiß jedes Mal wenn etwas funktioniert warum es funktioniert hat ich weiß jedes Mal wenn etwas nicht funktioniert hat warum es nicht funktioniert hat weil ich jedes Mal in mein eigenes Management in meine Energie Generatoren in meine Gedanken Annahmen Vorstellungen Rückschlüsse Intentionen hineinschaue und dann genau weiß wo war ich nicht online mit dem was ich eigentlich hätte kreieren sehen wollen generieren wollen es ist immer eine Erklärung da es ist immer an mir ich kann es immer verändern es macht nichts es macht nie etwas wenn ich es anders machen muss wenn ich es neu machen muss weil es führt immer zu dem Punkt wo ich sage Arrivederci Baby von dieser Welt aber dann liege ich im Bett und sage mir geiler Scheiß geiles Game geiles Spiel hat richtig krass Spaß gemacht war cool ich komme wieder danke und so möchte ich sterben so möchte ich sterben so möchte ich abdanken egal wann immer das ist muss ich einfach sagen bis hierhin war es richtig geil happy happy in pleasure absolut da am richtigen Ort erfüllt und nicht mehr auf der verdammten Suche sondern angekommen im Prinzip im Prinzip dass ich Divine Design Energetics nenne was absolut bedingungslos ist was vielleicht non-dual ist was vielleicht Oneness ist aber ich will es hier managen auf Erden ich will es hier leben ich will es hier erleben ich will hier meine Pleasure haben mit diesem Körper will ich Pleasure Wohlbefinden Freude erfahren darum geht es und ich will es laufen hier auf diesem Erdboden und nicht in der Meditation oder in der Hoffnung sondern ich will hier stehen und ich will es miterleben ich will auf dieser Bühne stehen und gleichzeitig will ich weiter kreieren das nächste Bühnenbild und das nächste Bühnenbild und natürlich habe ich ein unglaublich gutes Angebot für euch und zwar ist es die Ausbildung vom Master of Divine Design Energetics ich habe einen Einführungskurs dazu gemacht der hat jetzt noch einen Q&A Live Call alle Aufzeichnungen sind da für die die es noch nicht gehört haben und dann geht es in sechs Wochen Ausbildung im Oktober und das ist so eine geile Sache wir fangen am 2. 10. an und am 6. 11. bekommt ihr haben wir eine Zertifizierung in diesen sechs Wochen wollen wir wir werden es nicht niemals zu Ende bringen weil es natürlich niemals zu Ende ist aber wir werden alle Bereiche unseres Lebens und signifikante Situationen genauso energetisch hinbringen klar machen rein machen dass wir dastehen in absoluter Blüte in absoluter Pleasure in absolutem in Ordnung für euch selber in dieser Ausbildung weil ich finde das Allerschlimmste wenn ich dann insbesondere als Coach oder Berater rausgehe und ein Prinzip ein Konzept etwas lerne wo ich selber noch so viele Fragen habe und darum geht es es geht darum dass ich keine Fragen mehr habe es geht darum dass ich die Fragen von den Leuten die ich berate beantworten kann weil ich sie aus dem Prinzip her herleiten kann und beantworten kann es geht nicht darum dass ich jeden Bereich jede Situation für mich schon 100% gemeistert habe weil ich ja eh nie ankommen werde aber es geht darum dass ich dieses Prinzip kenne und dass ich nicht einfach nur eine Antwort habe die sich anhört wie du hast nicht genug gewollt du hast dich nicht genug angestrengt du hast nicht genug investiert und so weiter und sofort sondern dass ich glasklar und sonnenklar erklären kann die Energetics dahinter die dazu geführt haben dass das so ausgegangen ist wie es ausgegangen ist so kreiert und manifestiert worden ist wie es manifestiert worden ist dann bin ich ein guter Coach dann bin ich ein guter Berater dann schiebe ich dir nichts in die Schuhe dann sage ich mache ich dich nicht falsch dann mache ich dich nicht faul dann mache ich dich nicht arm dann mache ich dich nicht geizig sondern ich erkläre dir die Energetics hinter dieser ganzen Sache und du weißt es und ich erkläre dir wie du sie verändern kannst und diesen Prozess diese Reise für dich selber in deine Divine Design Identity hinein entwickeln kannst in all deine Lebensbereiche und das ist für mich integer und das ist für mich glasklar und das heißt nicht ich bin der Tollste die Tollste die alles mit den Löffeln gefressen hat die alles managen kann die alles im Griff hat weil das werde ich nicht können und das wird nie so sein und das soll auch nicht so sein weil ich bin hier um mehr und mehr zu generieren mehr und mehr zu kreieren und deswegen bin ich auch nie angekommen aber so zu tun als sei ich die die alles schon kann und mit dem Löffel gefressen hat das widerspricht mir weil es nicht der Wahrheit unseres energetischen Universums entspricht und darum geht es überhaupt nicht sondern es geht für mich auf der Divine Design Reise genau darum diese Energetics dahinter zu verstehen und lernen anzuwenden zu managen zu trainieren besser zu werden das leichter zu haben das als mein neues Normal anzusehen aber niemals um mich irgendwo hinzustellen als Guru oder als Held und zu sagen ich bin die die kann alles ich bin die die hat alles und ich bin die die sich niemals weiterentwickeln muss sondern ich bin die die ein Prinzip verstanden hat die dieses Prinzip vertieft und verinnerlicht und mit diesem Prinzip mehr Pleasure mehr Freude mehr Leichtigkeit mehr von mir von meinem Divine Design nicht mehr von dem was die anderen mir übergestülpt haben und die anderen glauben sondern mehr von meinem Divine Design kreiert und hier auf die Bühne des Lebens bringt die bin ich aber niemals die die es besser kann als andere niemals die die angehimmelt gehört sondern die die unweigerlich dieses Prinzip anwendet sich keinen Scheiß erzählen lässt keine Ausnahmen geltend macht sondern dieses Prinzip versteht und weiß welche Energie welche Erlaubnisgeber hat welche Energie welches Konzept hat welche Energie welche Ansicht hat und ich das für mich so zusammenstelle dass es für mich Pleasure ist Pleasure Wohlbefinden Vergnügen mehr Normalzustand Pleasure und Sicherheit ist für mich das gleiche weil wenn ich mich nicht sicher fühle werde ich nie Freude Ekstase Hingabe erfahren können dazu brauche ich das Gefühl der Sicherheit und das kriege ich aus einem Prinzip das unweigerlich felsensfest dasteht und nicht sagt ja aber wenn du dich mehr angestrengt hättest dann hätte es geklappt nein dann wenn du das Prinzip anwendest und verstehst dann klappt es und wenn du es nicht verstehst klappt es immer noch weil es klappt einfach das was du generierst musst du im Außensicht so ihr Lieben hallo muss man alles verstehen warum etwas nicht funktioniert kann man sich nicht einfach entscheiden es ist ab jetzt aus der Pleasure Perspektive zu sehen und zu leben genau und dann hast du verstanden warum es nicht funktioniert hat weil du es eben aus der falschen Perspektive mit den falschen Annahmen mit den falschen Rückschlüssen gesehen hast und betrachtet hast also musst du es ja erst mal doch verstehen sonst kannst du ja nichts ändern das meine ich mit verstehen es muss einem klar sein was gerade hier so gelaufen ist warum es gelaufen ist und wie ich es verändern kann und diese ganzen kleinen Geschichten jeder einzelne Gedanke jede Vorstellung jedes Konzept und jede Strategie ist gekoppelt mit Energie weil jedes was ich nur mache was ich denke jeder Augenblinker ist in diesem Moment voll mit der Intention die ich gerade habe und ich habe immer eine Intention und das muss ich eben auch wissen und verstehen dass ich mir klar werde welche Intention habe ich denn gerade habe ich gerade wirklich Intention Pleasure Mehrwert Freude oder eben Angst Mangel Unsicherheit und darum geht es um dieses um dieses Verständnis und um diese krasse Klarheit ja ihr Lieben die Flue haben wir denn ja es ist genau so gekommen wie ich dachte es ist jetzt doch eine Stunde geworden ich glaube ihr seid alle ganz gut hier erst mal bedient ihr könnt es gerne nochmal anschauen es bleibt hier in der Facebook Gruppe drin für die 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 mich nicht kennen meine Firma heißt My Well Feeling GmbH weil es mir eben schon immer bevor ich bevor ich überhaupt genau wusste wieso diese Intention habe von meinem Wohlfühlen ich wollte mein Wohlfühlen generieren und ich hatte niemals eine Lust irgendeine Bedingung anzunehmen oder für mich gelten zu machen die mir nicht entspricht oder oder für mich nicht so ist und zu erkennen dass ich alles haben kann alles wollen kann was es überhaupt nur in meiner Vorstellung gerade gibt und dass da immer noch mehr kommt das hat mich so frei gemacht weil jetzt kann ich sehen zum Beispiel ein Erfolg von irgendjemandem wo ich aber sage also so will ich es nicht machen so will ich das will ich nicht machen das will ich nicht machen aber den Erfolg auf die Art und Weise hätte ich auch gerne und jetzt weiß ich dass nicht das wie die andere Person zu diesem Erfolg gekommen ist ausschlaggebend ist sondern das einzige was ich mir nehmen muss ist die Intention den gleichen Erfolg zu haben und haben zu wollen haben zu können haben zu dürfen dass mir das entspricht dass mir das zusteht aber dass es niemals heißt dass ich all diese Dinge Handlungen Aktionen Strategien und Prinzipien verwolgen muss die diese andere Person für sich an den Tag gelegt hat sondern dass ich einfach ganz frei wählen kann und das so aufbauen kann mein Weg meine meine meinen Verhalten entsprechend der Energie der Intention die ich da oben haben will und dass ich niemals drüber nachdenken muss wie hat es denn jemand anders gemacht sondern dass ich mir immer nur die Frage stellen muss wie will es denn ich machen wie will es denn ich haben wie will es denn ich erleben und dann hat sich dadurch hat sich plötzlich meine ganze Welt zu groß gemacht und ich konnte mir so viel mehr vorstellen und kann mir jeden Tag noch mehr vorstellen was für mich ist wo ich das weggelassen habe weil das hat mich immer zurückgehalten von den Dingen die Dinge zu wollen die ich wirklich will weil ich immer dachte da hängt ja sowas so viel dran so viel Beziehungen und so viel Rückschlüsse dran und Zusammenhänge und ich will das alles gar nicht machen und das finde ich doof und das gefällt mir nicht und das entspricht mir nicht bis ich kapiert habe nein du machst es jetzt so wie es dir gefällt und das Lustige ist als ich wirklich mein Divine Design annehmen konnte und jeden Tag mehr annehmen konnte und jeden Tag mehr da drin über diesen Erdboden gehe desto mehr Dinge machen mir Spaß desto mehr Sachen machen mir Spaß desto mehr Events machen mir Spaß desto mehr Austausch macht mir Spaß wo ich früher gesagt nee das will ich nicht so gefällt mir gar nicht und so hängt das alles zusammen und führt einfach nur zu einem Ding und das ist eben dieses ich bin ich bin klasse ich bin toll ich bin mein Leben ich bin meine Beziehungen ich bin mein Geld ich bin mein Bankkonto aber das hält sich so auf diese Art und Weise doch schon viel viel besser an als wenn ich den anderen Klatteradatsch alles noch daran glauben muss also ich freue mich auf ganz ganz viele die noch in die Ausbildung kommen ich habe mir heute überlegt wer das jetzt noch buchen mag ganz spontan die Ausbildung kann mir mich anschreiben und dann hole ich nochmal dieses super 2000 Euro Package aus dem Sack mit der Ausbildung plus dem Grundkurs plus diesen geilen ein Monats Mini Mastermind wo wir 5000 Euro kreieren einfach so weil wir Spaß dran haben wie bei Monopoly und das gibt es heute noch für die die das jetzt buchen möchten können mir einfach schreiben und das buchen aber nur noch heute ausnahmsweise weil ich so begeistert bin dass ich euch hier diesen hinter den Vorhang Vortrag liefern durfte und wer jetzt sagt ja Mann Scheiße geil das will ich kann das nochmal haben für den Spezialpreis einfach nur noch heute also in diesem Sinne schön dass ihr alle da wart ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag einen Divine Design Sonntag ohne Bedingungen ohne Annahmen ohne Rückschlüsse einfach nur mit den Entscheidungen die du für dich triffst wie dieser Tag heute für dich ist Bye Bye und bis bald Ciao Ciao